so und dann bin ich zurück ich werde mal level 4 von episode 4 von doom ultimate ultimate doom gedoomter doom die doom da werde ich erstmal konvertieren und mal gucken wie die sonne wieder rum ist werde ich dann die anderen die für videos sind erstmal hochladen und dann dabei die nächsten aufnehmen mir wird geholfen was ich habe jetzt die rüstung einzusammeln dann keine rüstung das ist natürlich so mal kurz was ok alles gut so gehen wir schon runter da oder wo 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 Dankeschön! Wow! Achtung! Achtung! Ah! Ja! Ah! Ja! Nein! Habe ich gespeichert? Nein! Oh, hallo! Dann wird das nicht! Nein! Habe ich gespeichert? Nein, oder? Nein! Habe ich, oder? Oh! Oh, okay! Oh! Oh! Warum habe ich mich doch bereit erklärt, zu spielen, wenn das so mit draußen ist? Ah! Wenn es so weitergeht, setze ich den Hammerwert gleich auf zwei! wer eigentlich keine schlechte idee funktioniert also auf jeden fall die frage so x gamma kontrast ist zwar so mittlerweile kaum noch aber sie zum buch was doch das geht einigermaßen so Schafft ihr es? Braucht ihr Hilfe? Hallo? Ach, die schaffen das schon. Das sind doch Künstler vom Beruf. Die haben doch studiert. So. Das war gut. Hier ist gar nichts mehr. Wow. So, immer noch beide da. LOL. Okay, jetzt haben wir die rote Schlüsselkarte. Ach so, hier. Okay. So, schön nachladen. Speichern. Nein. Da. Und... So. Danke schön. Okay. Nein, einer ist gestorben. Einer ist gestorben. Ich kann es nicht glauben. Ich war noch so jung. Also, er war noch so jung. Einer lebt man noch. So. Okay. Jetzt habe ich hier zu gehen, aber ich suche noch mal... Alter, ich kann... Also, jetzt so die Welt sich wunderbar, aber die Schrift kann ich gar nicht mehr lesen. Und da habe ich gerade keine Ahnung, wie viel ich eigentlich Munition habe. Und... 116... 114... Na gut, das geht ja noch. Das geht noch. Ah, von der Kampagne also alle. Gut. Na dann. Mal relativ gutes Level. Egal. Ich muss so feiert machen, weil die Sonde... Die blendet jetzt gerade richtig rein. Obwohl es bewölkt ist. Ich finde es immer wieder eine Lücke. Gut. Äh... Von daher... Werde ich das dann erstmal rendern. Also... Transkodieren. Äh... Und dann... Ja... Werde ich dann... Während die hochladen, denn... Wenn bis dahin denn die Sonde wieder runtergegangen sein sollte. Dann werde ich anfangen, dann... Weiter zu machen. Von daher... Schau... Bis... Alter, mein Hintergrundbild ist sowas von hellblau. Das ist quasi schon richtig babyblau. Naja... Schau mit V.